Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche... Ah, Sie möchten Ihre Augenbrauen zupfen. Hier ist eine Pinzette. Ja, genau. Und ich will meine Beine... Ah, Sie möchten Ihre Beine rasieren. Ja. Haben Sie schon einen Rasierer? Ja, aber ich habe keine... Rasierklingen? Bitteschön. Hier sind Rasierklingen. Danke. Und ich brauche noch... Rasierschaum? Ist das Gel? Ach so. Wir haben auch Rasiergel. Und dann noch... Kaltwachsstreifen. Oh, vielen Dank. Und wenn Sie auch keine Haare auf dem Kopf mögen, dann haben wir eine tolle Haarschneidemaschine im Angebot. Nein, danke. Ich mag Haare auf dem Kopf. Wie Sie wünschen. Schönen Tag noch. Wie Sie kommen. Wie Sie werden sehen, bis Sie schoniram. Bu